55, 55, ich sage 55! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite, lang ist's her, wo wir uns gesehen haben. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Wir gucken mal, ähm, ja, ich hab es ja, nein. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Kumpstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Was wollte ich sagen, bevor er mich unterbrochen hatte? Ja, ich nehme das Ganze jetzt im privaten Let's Play auf. Hier ist es, Bukka. Das habe ich nämlich in... Ich muss es mal eben, kleinen Moment, ich muss es mal eben klein wenig leiser machen. Ähm, die Gesamtlautstärke. Waffenschmied. Hat er das jetzt gespeichert oder nicht? Muss man mal schnell schauen. Ja, hat er. Ähm, und zwar nehme ich das im privaten Let's Play weiter auf, weil... Ich so viele Sachen noch nebenbei jetzt machen möchte und alles. Und deswegen... Aber trotz alledem geht's ja weiter. Ne, ist ja nicht so schlimm. So, hier müssen wir rein. Ah ja. Keine weiteren Jobstörer. So, wir gucken mal. Ein neues Box auf Ruhm. Nehmen wir mal. Nebessule will ich nicht. So, Daisy Fixroy haben wir ja kennengelernt. Die ist ja die Anführerin der Vox. Interessant. Alter. Und wie geil, wie ein hübscher Spiel immer noch aussieht, obwohl es schon so viele Jährchen auf dem Buckel hat. Also ein paar Jährchen hat's ja schon auf dem Buckel. Und es macht so viel Spaß, das hier alles zu untersuchen und tralala. Und mit Elisabeth hier rumzulaufen. Elisabeth. Es geschah im Internet. Der Witz wird nie alt. So. Ich hoffe, ich kann noch schießen. Ich hoffe, ja. Ich glaube, hier rein gehe ich mal besser. Nicht, ist glaube ich am besten. Ich werde mal mein bockender Bronco, Teufelskuss, Schockjockey, Teufelskuss nämlich mal. Für die linke Hand. So. Da gucken wir mal, wo wir jetzt weiterkommen. Wir müssen ja zum Waffenschmied. Nö. Ja. Das glaube ich auch. Komstock, Entschuldigung, ist sehr einsinnig. Ich musste gerade heimlich aufstoßen, zum Kaffee getrunken habe. Das ist übrigens, für die Leute, die es vielleicht interessiert, ich erwähne es mal. Ich weiß nicht, ob einige das interessiert. Ich nehme das gerade nach der Aufnahme von Assemblance auf. Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Ich bin... Was? Hören Sie das? Unten ist jemand. Ja, gleich. Jetzt gerade nicht. Ich wollte gerade was kurz erwähnen. Oh, ein Lockpick. Nehmen wir mal mit. Eine Dose Gesundheit. Wir haben zwar genug. Ähm. Was wollte ich gesagt haben? Ach so. Ich finde es immer sehr großartig in Spielen, wenn... Was zum Beispiel bei Bioshock immer schon so war, was viele Spiele eigentlich nicht mehr heutzutage haben. Denn bei Bioshock ist es zum Beispiel so, alles, was hier existiert, hat auch einen Sinn und eine Funktion. Und dass es hier so alles funktioniert, das finde ich immer so total geil. Das ist alles so. Zahnräder sich bewegen, Motoren funktionieren, die auch Sinn ergeben, wofür sie sind. Und tralala. Das liebe ich so an Bioshocken. Das gibt in den Spielen heutzutage viel zu senken. Das vielleicht auch in Büchern so erklärt wird. Wieso? Warum? Das war ja in Bioshock 1 auch so. Dass auch alles erklärt wurde, warum und wie das alles funktioniert. Das finde ich so geil. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Meilin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte. Wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi? Hilft Chen Lin. Warum nicht Daisy Fitzroy? Hilft Chen Lin. Wer ist die Fliegereinheit? John. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Dann gehen wir mal zum Good Time Club. Der Name alleine schon ist lustig. Good Time Club. So, da gucken wir mal. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen hier raus, ne? Verlassen den Waffenschmied. Ja. Okay. Ich finde das geil, dass das so in so Mini-Levels auch unterteilt ist. So mit dieser Zwischenwelt. Da haben sie sich echt Mühe gegeben auch mit. So. Ich höre, was die Leute sagen. Äh, was wacke ich hier so? Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber als... Oh. Wo ist die Schock? Ähm, muss ich gegen den kämpfen jetzt? Ich glaube ja. Aua. Lass das. Warum muss ich gegen den kämpfen? Warum? Alter. Huah. Huah. Danke. Huah. Alter. Ich kann gerade nicht. Emily. Äh, Emily. Äh, Elisabeth. Emily gleich schon. Emily wants to play. Ja, du sollst. Du Bämmer. Lass mich in Ruhe. Lass mich klemme. Hallo, ich klemme. Hallo, ich klemme. Alter, lass mich doch in Ruhe. Was wollte der von mir? Ich kann Sie nicht leiden, Mr. Derrit. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen Sie Ihren Mann. Ja, natürlich. Ausrüstung beachten. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur vier Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. In Klammern, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. So, neu. Hemd. Pyre Manie. Wenn geschlagen, 50%ige Chance, nahe Feinde zu verbrennen. Verursacht 400 Schaden über drei Sekunden. Vergleich anzeigen. Und jetzt haben wir gerade momentan Munitionsvorteile. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 75%. Das lasse ich. Das lasse ich. Das lasse ich. Äh, nur, nur, was genau. Kann man immer noch ändern, weil mehr Munition finde ich mal sehr gut. Die dürfen wir, glaube ich, nicht lang, ne? Wir müssen aber, glaube ich, hier lang immer sein. Ja, wir müssen da lang. Ähm. Genau, Job ist Job. Oh, Salze. Ja, schön. Nehmen wir mit. Da lang müssen wir. Ich will mich nochmal ein bisschen umsehen. Ich hab... Oh Gott. Okay, alles klar. Okay, wir sind hier also nicht willkommen. Das ist schon mal gut zu wissen. Wer ist das denn da hinten? Achso, ein Automat. Okay. Ich glaube, wir gehen mal zum Automaten. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle wir noch haben. So. Dollarbill. Ich geh mal ein bisschen Geld her. So, was haben wir? Gesundheitskits. Mh, 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 mh. Stell den Gewinntag wieder her. Jaja, Salze. Mh, mh, mh. So, Munition für Karabiner 25 von 86 haben wir. Mh, mh, mh. Munition, 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 Munition. Ja, gut, aber ich sag mal, wir brauchen ja eigentlich so nichts. Außer vielleicht Salz ein bisschen. Kau mal ein bisschen Salz. Kostet ja nur 67. Dann leuchtet irgendetwas. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oh, Silvainu. Sehr schön. Ein Buch zu freuen. Sehr nice. Der Prophet akzeptiert sowieso in seiner Stadt nur das, was er für richtig hält. Und deswegen, also kann ich mir vorstellen, deswegen wird er jeden ausschalten, jeden beiseite schaffen, dem, in wie ich stehe. Müssen wir nur noch rein an Mr. Lin finden. Und nimm mich bitte, Boca. Nimm mich bitte, Boca. So, dann wollen wir mal. The Good Time Club. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unseren Abmachungen hält. Reich oder arm? Ein Schwindler? Konnte ich so schnell gar nicht lesen. Ich bin halt nicht so schnell im Lesen. The Good Time Club. Mh, sehr geil. Was wollen Sie, Fitzroy? So, gucken wir uns mal hier das, das kleine Videochin an. Mal gucken. So, das Wort des Propheten präsentiert. Verbrechen kommen. Mh, mh. Und Schlimmeres. Ei, 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 ei. Ende. Ich mag diese kleinen Minivideos irgendwie. So, was haben wir hier? Ähm. Dann können wir unten uns nochmal. So, was haben wir denn hier? Magazin. Ah, Magazinvergrößerung. Ah, guck mal an. So. Präzisionsboost. Verringert die Streuung des Maschinengewehrs. Das ist ja geil. Wir können uns hier doch eh nur einkaufen. Eine Verbesserung, oder? Ich würde gerne die Streuung. Was haben wir denn noch? Wir haben ein bisschen Karabiner vielleicht. Feuerratenboost. Erhöht die Präzisionsgewehr. Feuerrate. Präzisionsgewehr haben wir ja nicht, ne? Karabiner haben wir ja. Magazinvergrößerung. Erhöht die Magazin des Karabines um 50%. What the fuck? Habe ich. Mh, nehmen. Und ich würde gerne Schadenboost erhöht. Ah. Salven. Achso, Salvengeschütz. Wo ist denn schnelles Nachladen? Präzisionsboost. Verringert die Maschinengewehrstreuung. Wo ist denn für Maschinengewehr? Ist für die Maschinengewehr nochmal irgendwas mit Schaden? Magazinvergrößerung? Ich glaube, ich nehme den Präzisionsboost. Ja. Sehr schön. So, wir sind sowieso mit den beiden unterwegs immer. Hallo? Danke. Elisabeth. So, und dann liegt mal ein Silver Eagle. Dann können wir unten uns nochmal das Salz holen. Weil wir schon dabei sind. Wir monitoren Waffen. Alles, was tödlich ist. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was uns erwartet. Panzerfaust. So, und dann kommen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der Einzige, den ich kenne, der da bleibt. Oh, oh. Ich glaube, jetzt kriegen wir Gesellschaft. Ich glaube... Oh, fuck. Danke. Boah. Aua, Alter. Brenne. Boah. Boah, was ne Action hier. Alter, Schwäde. Boah, ich muss noch ein bisschen in Deckung bleiben. Wo ist der Typ? Ich seh den nicht. Okay, solange wir hier oben sind, haben wir so ein bisschen Ruhe. Ich brauche Munition. Warte mal. Äh, Munitionskiste? Ach ne, mir gibt es ein Kist. Ich brauche Munition, verdammt. Ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für... Kein Geld. Ich brauche auch immer die Munition. Haben wir hier Munition? Oh, Munition für Karabiner. Sehr schön. Nein, was mache ich denn? Oh Gott, ich bin so dumm. Äh, warte. Danke. Alter Schwäde. Boah, geht das ab hier? Uh. Ich war nochmal Nahkampf. Ich brauche unbedingt Nahkampf... Äh, ich brauche nur mal nach... Wo ist Nahkampf nochmal gewesen? Kreis? Nee. Viereck? Nein. Ach, Dreieck. Okay. Danke. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Wenn alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wäre weniger... ...meule zu füttern. Oh, ich bin so doof. Warum habe ich die Geschütze nicht gelassen? Die hat nun so gut... ...golfen... ...schuld. Alter, was? Ja, ist nicht so schlimm. Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Ja, entschuldige bitte. Geh aus dem Weg. Ich geh mir nochmal Munition holen, vorsichtshalber. Besser ist. So, Salz haben wir genug. Ja, Gewehr. Jetzt haben wir 912. Sehr schön. 12 Taler bekommen. 12 Geld. Boah, war das ein... Das war echt ein krasser Kampf. So, was ist hinten? Steht hier noch irgendwas? Was ist das hier? Uh, ist es das? Salze voll. Okay. Ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Medizin ist auch voll. Wir haben kaum Medizin verloren, mehr Schild. Ich gucke mal, dass wir den nächsten Schild ein bisschen erweitern. Salz haben wir jetzt auch schon... ...verbessert und so. Ja, gleich. Ich will mich erstmal ein bisschen umsehen, ein bisschen sammeln. War hier oben noch irgendwas? Von hier kann... Panzerfaust? Achso, ich hätte meine Panzerfaust gekriegt. Ja, gut, aber... Also, ich spiele also auf normal, ne? Jetzt nicht auf schwer oder so. Ach, guck mal.